Hallo und willkommen! Ich, ich bin Anna und ich, ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. Und heute, heute erzähle ich euch von Dingen, von Dingen, von Dingen, die ich liebe, die ich liebe, liebe, liebe. Die ich liebe und, und von Dingen, die ich hasse, von Dingen, die ich hasse. Viel Spaß! Ich liebe, liebe, liebe. Ich liebe, ich liebe den Sommer. Ja, den Sommer. Im Sommer ist es warm. Im Sommer ist es warm und im Sommer, da scheint die Sonne. Ja, die Sonne, die Sonne scheint und die Sonne ist schön warm. Und ich, ich liebe es, wenn es warm ist. Ich liebe die Wärme. Ja, und ich liebe, ich liebe Sommer. Im Sommer, im Sommer brauche ich keine, keine Jacke. Nein, keine Jacke. Nur, nur ein T-Shirt. Keine, keine Jacke. Ja, das, das liebe ich. Ich liebe, ich liebe, ich liebe Eis. Ich liebe Eis. Und im Sommer, im Sommer esse, esse ich viel Eis. Ja, klar. Im Sommer esse ich viel, viel Eis. Ich liebe, ich liebe, 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 liebe die Berge. Ja, die Berge, wie zum Beispiel die Alpen. Die Alpen im Süden, im Süden von Deutschland. Die Alpen, die Berge, ja. Ja, ich liebe, ich liebe die Berge, die Berge. Und ich liebe es, ich liebe es, im Sommer, im Sommer in die Berge zu gehen. Ja, im Sommer in den Bergen und dann wandern. Ja, im Sommer, im Sommer, wenn es warm ist, kann man gut, gut wandern, wandern gehen in den Bergen. Ja, das liebe ich. Dinge, 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 die ich hasse, 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 hasse. Dinge, die ich hasse. Ich hasse, ich hasse, laute, ja, laute Autos und Motorräder. Ja, wenn der Motor, wenn der Motor, wenn der Motor von den Autos und von den Motorrädern laut, laut ist. Zu laut, viel zu laut. Ja, wenn der Motor, der Motor von Autos oder Motorrädern laut ist. Ich hasse, ich hasse, ich hasse, ich hasse McDonalds. Ja, ich hasse McDonalds. Ich esse, ich esse nie, 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 nie bei McDonalds. Ich, ich, ich glaube, McDonalds, das Essen, das Essen bei McDonalds ist, ist kein, kein richtiges Essen. McDonalds, das, 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 das schmeckt, das schmeckt nicht. Nein, das ist, das ist nicht gut, nicht gut. Ich hasse McDonalds. Ich hasse, ich hasse, hasse Kaugummi. Ja, Kaugummi. 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 Ja, Kaugummi zum Kauen. Kaugummi. Auf Kaugummi kaut man lange, lange, lange Zeit. Kaugummi ist, warum? Kaugummi ist, uch, ekelhaft. Kaugummi ist, kaugummi. Kaugummi ist, kaugummi. Nein, ich hasse Kaugummi. Wenn man lange auf etwas kaut, kaut und kaut und kaut, so für eine Stunde. Kauen, 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 für eine Stunde, uch, das ist ekelhaft, oder? Ja, ich hasse, ich hasse Kaugummi. Das, das war's, das waren ein paar, ein paar Dinge, 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 die ich liebe und Dinge, die ich hasse. Was sind Dinge, die ihr liebt und die ihr hasst? Liebt ihr Kaugummi? Schreibt es, schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, liked das Video und abonniert, abonniert. Alles klar! Tschüss!